Weißt du, ich hab versucht mich an irgendwas zu erinnern, an etwas, das deutlich heraustritt aus dem, was gewesen ist. Aber je mehr ich versuche, es zurückzulegen, desto mehr beginnt sich alles aufzulösen. Nichts scheint mir wirklich zu sein. Es ist, als würde ich dieses Leben hier nur treiben. Und wenn ich aufwache, dann bin ich jemand anderer. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.